17, 20, 24, 25, 27, 41 und die Superzahl 9. Herzlich willkommen zur Liveziehung im Mittwochs-Lotto. Nein, ich bin keine Hellseherin. Das waren die Lottozahlen von Samstag. Aber es gab am Samstag einfach keinen Tipper, der mit den 6 Zahlen und der Superzahl richtig lag. Und auch niemanden mit nur 6 Richtigen. Insofern wird es heute ganz besonders spannend. Also folgen Sie mir hin zu den Ziehungsgeräten, die selbstverständlich genau wie die Kugeln schon ordnungsgemäß von unserem Ziehungsteam überprüft worden sind. Los geht's und viel Glück! Weder einen Gewinner im ersten noch im zweiten Gewinnrang. Das ist die Bilanz von der letzten Ziehung am Samstag. Aber erfahrene Lottospieler wissen, das bedeutet, dass sie heute mit nur 6 Richtigen Millionär werden können. Und das ist natürlich auch eine gute Nachricht. Hier kommt Lottozahl Nummer 1 am Mittwoch. 46. Und ich habe noch mal eine gute Nachricht für Sie, denn mit den 6 Richtigen plus Superzahl gewinnen Sie heute 5 Millionen Euro. Das ist ja ein ziemlich stolzes Sümmchen. 25, Lottozahl Nummer 2 und 5 Richtige mit Superzahl. Das gelangen am Samstag 61 Tippern, die sich jetzt über je 14.000 Euro freuen können. Und hier die dritte Glückszahl, die 42. Beim Spiel 77, da blieb der Jackpot unangetastet. Also niemand mit den 7 passenden Endziffern. Heute sind 2 Millionen Euro dort im Jackpot. Und hier kommt die vierte Glückszahl und das ist die 1. Wohingegen bei unserer Zusatzlotterie Super 6 viel Grund zum Feiern gab, denn 5 Tipper lagen da goldrichtig und haben den Hauptpreis abgesahnt. Und das sind 100.000 Euro auf dem Konto. Die vorletzte Zahl ist die 5. Und jetzt sage ich Ihnen, ich kann doch hell sehen, sage Ihnen die letzte Zahl voraus, die nächste Zahl, die da heute ins Röhrchen fallen wird. Und das ist die 7. Sehen Sie da tatsächlich die 7? Naja, okay, jetzt aber mal Spaß beiseite. Jetzt mal ein konzentrierter und ernsthafter Blick auf unsere aktuellen Gewinnzahlen. Und jetzt kommen wir zum i-Tüpfelchen jeder Lotto-Show zur Superzahl. Und da gebe ich die Ziehung jetzt frei und drücke kräftig die Daumen. Los geht's! Wir haben heute insgesamt 16,9 Millionen Euro in der Ausspielung. 5 Millionen Euro, das ist unser angestiegener Jackpot. Also 5 Millionen, um die es jetzt geht und die Sie absahnen können, wenn Sie bisher richtig liegen. Und jetzt auch noch die Superzahl angekreuzt haben oder eher gesagt auf dem Tippschein haben. Und das ist die 3, die Superzahl des Tages. Und hier sind alle Zahlen nochmal schön in die Reihenfolge sortiert für Sie zum Mitschreiben. Die 1, 5, 7, 25, 42, 46 mit der Superzahl 3. Tja, und wenn Sie jetzt noch die Kreuzin gemacht haben bei den Zusatzlotterien, dann warten Sie natürlich auf deren Gewinnzahlen, die wir schon im Vorfeld der Liveziehung ermittelt haben. Und hier kommt Spiel 77, 6, 7, 3, 2, 5, 6, 8. Und es folgt die Gewinnzahl der Super 6, 5, 4, 9, 8, 1, 0. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das geholfen hat, die Jackpots zu knacken. Wir werden das schon morgen auf lotto.de nachsehen können, zusammen mit den Quoten und Gewinnzahlen. Und ja, vielleicht haben Sie morgen gar keinen Kopf dafür, denn morgen startet natürlich der Karneval in dem berühmten Hochburgen. Und gerade ich als Kölnerin, ich bin da natürlich auch immer live mit dabei. Live mit dabei können Sie am Samstag wieder sein bei der Liveziehung der Lottozahlen um 19.25 Uhr. Dann versorge ich Sie wieder mit allen relevanten Infos rund um Lotto. Bis dahin, machen Sie es gut, feiern Sie es schön und Tschüss!